Musik Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo, das ich sowieso niemand ansehen würde. Auf jeden Fall, es ist eigentlich so, dass ich dieses Video nicht geplant habe. Ich habe eigentlich etwas aufgenommen, ein Spiel, und das Spiel hat es nicht aufgenommen, sondern nur meine Stimme. Und ich glaube, man kann nicht gut ein Video hochladen, wo nur meine Stimme drauf ist. Deswegen, ja, werde ich heute über ein paar Sachen da waren. Ich könnte es vielleicht nochmal aufnehmen, aber dazu fehlen mir jetzt einfach die Zeit und auch etwas, die los ist. Das ist schon scheiße, wenn man aufnimmt, dann ist eigentlich die Hälfte der Aufnahme weg. Deswegen, Entschuldigung nochmal, es kommen ja auch in den letzten Tagen nicht oft Videos und auch nicht so lange Videos. Das liegt einfach daran, ich bin sehr beschäftigt momentan, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht bessern. Deswegen kann es sein, dass ich vielleicht nicht mehr in der Lage sein werde, jeden Tag ein Video zu machen. Die meisten Leute gehen ja von außen, fünf Minuten Video, ja, dann hat er auch fünf Minuten dran gesessen. Das ist nicht so, das ist überhaupt nicht so, aber ich glaube, man merkt das erst richtig, wenn man selber Videos macht, was da nicht alles dahinter steckt. Und, ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich einfach irgendeine Scheisse hochladen, an der ich zehn Minuten schnell was hinkacke, aber darauf habe ich keinen Bock. Ich möchte schon einigermassen gute Videos hochladen. Ist nicht jedes Video von mir, ist bis ins Detail bearbeitet und mit Effekten versehen und was auch immer. Das muss ja auch nicht sein, aber ich versuche trotzdem halt, naja, ein bisschen Qualität in den Videos zu behalten. Momentan ist das einfach sehr schwer, weil ich sehr beschäftigt bin. Ich habe nicht mehr so viel Freizeit. Ich meine, ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit in YouTube verballert. Also verballert möchte ich nicht sagen, weil das klingt ja wie verschwendet. Eine Verschwendung war es sicher nicht. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich das jetzt sagen muss, weil jetzt läuft der Kanal so gut. Wir erreichen, wir haben 5000 Abonnenten erreicht. Wir, ich kann es einfach nicht mit ansehen irgendwie. Denn es geht einfach zu schnell. Weil, ich meine, Leute haben mir gesagt, ich soll ein 3000, 4000 Special machen. Hätte ich auch so, hätte ich wirklich gemacht, aber wenn ich das irgendwie jede ein, zwei Wochen schaffe. Was ist denn an diesem speziellen Video so speziell, wenn ich es alle zwei Wochen mache? Also ich hoffe, ihr versteht. Also ich kann nicht alle zwei Wochen ein Special machen, weil dann ist es nicht mehr speziell. Da kommt es sowieso alle zwei Wochen. Und, ähm, ja, das Problem ist, ich könnte, sollte jetzt eigentlich mit 5000 Abonnenten ein Special machen. Aber da brauche ich auch noch Zeit. Und bis ich das dann fertig habe, kann, ich möchte ja nicht übertreiben, aber vielleicht habe ich dann schon 6000, bis das mal fertig ist. Ist also wirklich schwer. Ich meine, es ist gut, dass sich der Kanal momentan so gut hält, dass so viele Leute dazukommen. Aber es geht momentan echt zu schnell. Und ich komme wirklich nicht mehr mit. Plus, ich habe wirklich sau wenig Zeit momentan. Ich weiß, dass viele Leute ausrasten, sobald einmal kein Video kommt. Ich wollte eigentlich heute ein besseres Video machen, als jetzt dieses scheiß Gelaberer hier. Gelaberer. Gibt es, gibt es das überhaupt? Ah. Ich bin Schweizer, okay. Entschuldigung. Aber ja, Leute. Das sind eigentlich so die neuesten Informationen. Nur wenn ihr euch mal fragt, wieso an einem Tag ein Video kommt, das ist jetzt halt einfach wisst. Nicht, dass ich dann einfach nichts sage. Da, ihr wisst dann halt, der Doofix hat mal wieder zu viel zu tun. Und das ist halt einfach so. Ich würde halt versuchen, jeweils am Wochenende möglichst viel zu produzieren, damit ich dann über die Woche hinweg Videos habe. Ist natürlich auch nicht so eine gute Lösung. Aber ich versuche wirklich mein Bestes, damit jetzt möglichst viele Videos kommen. Ich kann nicht versprechen, dass jeden Tag ein Video kommt, aber... Und wie gesagt, Leute, heute wäre eigentlich etwas anderes geplant gewesen. Aber mein Laptop möchte mich natürlich auch mal verarschen. Aber egal, Leute, immerhin schlägt sich der Kanal gut. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt, wie ihr seid. Tschüss.